da sind wir wieder bei gta 3 uns bleibt jetzt nur noch auf dieser insel die mission von azuki azuka von a fangen wir dann gleich damit an würde ich sagen aus hat das ist ein cheater ein cheater jedes ist ins dinge aber der wochen dann bringen wir den erstmals zu verarsch das passiert mir aber auch immer wieder ich bin jetzt den totalen umweg gefahren egal die paar sekunden also spill nach 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 Nein! Eigentlich viel zu gefährlich, ein Schwank oder sowas sind. Und eine Ampel. So, wo finde ich jetzt noch mal diese dämliche Garage? Scheiße. War das hier gleich? Nee, bei der Brücke hinten. Irgendwo. Da sind wir falsch. Das sieht schon besser aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. So, der Stinger ist dann auch weg. Können wir gleich mal von der Liste strechen. Da ist noch eine Straße eingezeichnet. Da waren wir bisher glaube ich nicht. Ich glaube, wir sollten das auch können. Wiei. Oh, oh. Bums. Ich glaube, das gehört noch mit zum Staudamm irgendwie. Ich würde das Wasser auf jeden Fall erklären. Schrot, Flinte und ein Herz. Okay. Ob hier noch innen drinne was ist. Leider nicht. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Das sieht gut aus. Und ich glaube, langsam haben wir auch die Insel. Bis vielleicht das Stück vom Flughafen noch ein bisschen Apfel war. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das eigentlich erst mal machen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die sind aber auf jeden Fall noch ein paar Monster Stumps übrig. Ah. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 73 Päckchen, ich dachte wir wären jetzt schon bei 74. Ich muss nicht die Karte kaputt machen, die brauchen wir noch. Was sollen wir hier waren, weil letztes Mal schon... War ja nicht noch ein Ort mit mehr Hubschraubern? Waren das die hier, ne? Die stehen noch eigentlich viel zu dicht beieinander. Ok, ich kann einfach durchdüsen. Ich frage mich ja, wozu die Dinge eigentlich in der Realität gut sehen sollen. Ich frage mich. Ich frage mich einfach auf die Hubschraubern. Ich frage mich auf die Hubschraubern. Das war ja dann mal graue Ausbeute diesmal. Aber naja, dann eben nicht. Wobei ich mir noch gut irgendwie was hier auf dem Berg vorstellen könnte. Oh, wir fangen jetzt erstmal das Ding hier ab. Oh oh, keine gute Idee. Oh, verdammt. Das ist ein Cheater, oder? Okay. Okay. Oh oh, hoffentlich sieht uns der Bulle nicht. Na komm, jetzt fahrt das Ding wieder hoch. Aber was erhoffe ich mir davon. Na komm. Da oben ist auf jeden Fall ein Päckchen. Hier nicht. Okay, merken. Auf der Rücktour da nochmal ein Päckchen holen. Ach, das ist ja wieder nur ein Stinger, verdammt. Ich dachte, das ist ein Cheater. Ist das ein Sentinel? Ich glaube, ja. Ja. Sehr gut. Okay. Schnell wieder hin. Jetzt müssen wir bloß mal wissen, wo das Stück ist. Jetzt steig aus, verdammt. Wieso steigt der jetzt nicht aus? Ah, verflucht. Ich muss da oben drauf stehen. Ah, verflucht. Ich muss da oben drauf stehen. Entschuldig. Wäre auch cool, wenn man irgendwie da hochklettern könnte. Und kein Auto. So. Sehr komisch manchmal, dass hier gar nicht rumfährt. Vielleicht weil ich hier schon zwei Kisten rumstehen habe. Keine Ahnung. Und 74. Und go. Und hier gibt es dann wieder ein Fögenpäuschen. Spitze. Ich bedanke mich. Bis dann.